Untertitelung im Auftrag des ZDF Untertitelung im Auftrag des ZDF Untertitelung im Auftrag des ZDF Dann komme ich gar nicht ran. Stefan sitzt in der Kabine, geht los. Wir schwenken langsam ran. Nicht mehr mehr Seil auf. Seil stopp. Dann kommen wir links ran. Du kannst schon wieder ein bisschen fühlen. Okay, erst mal stopp und langsam weiter links ran. Die Leine habe ich. Weiter Nacken auf und dabei führen. Jetzt schwenk mal einen kleinen nach rechts wieder. Hier geht's. Hier geht's. Hier geht's. Jetzt stopp. Bette langsam auf. Bette Stopp führen erstmal. Bette Stopp. Bette Stopp. Bette langsam auf. Bette Stopp. Bette Stopp. Langsam Seil auf. Bette Stopp. Jut-Bolzenohm ist drin. Langsam fühlen zum Aushängen. Schön sachte. Du müsstest jetzt aufsetzen. Untertitelung des ZDF, 2020 Und stopp. 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 Kannst du so weit wie möglich nach vorne kompuliert sein? Du bist jetzt 2 Meter über den Obergot. Und stopp. 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 Und stopp.